Und so, dass man noch nicht aufgegeben hat, dass man noch alles, alles geben will. Also ich finde die Idee grandios eigentlich. Wir sollten mal das an die Geschäftsleitung weiterleiten. Die Kontakte, die gibt's. Ehemaliger Zimmergenosse, Kai Kanschke, der Trainer vom Tusem Essen, von Matthias Reckze, unserem heutigen Sport1-Experten. Der nutzt diese Bühne. Wir müssen noch mal zu einem Podium bauen. Zeitz. Sofort mit der Antwort gegen Julius Kühn. Und der machte mir eben den Anschein bei dieser... Spielen gut mit. Um nachher was Verwertbares zu holen, muss man abwarten. Ich denke, so weit wird es nicht kommen. Zeitz. Muss er rausgehen, dann muss er rausgehen. Ja, war es wieder diese Aktion, wo Zeitz ja gar nicht von oben wirft, sondern... Ich denke, so weit wird es nicht kommen. Ich denke, so weit ist es nichtschwinde. Ich denke, schau dir das einen Bühne. Ich denke, so weit ist alles. Vielen Dank.